So, bin wieder zurück. Das war eine kürzere oder längere Pause für mich. Äh, ja. Ich hatte noch ein paar Aufgaben im Haus zu machen, ein bisschen Schule. Jetzt habe ich aber wieder Zeit zu let's playen, deswegen habe ich einfach mal gesagt, warum machst du das denn nicht gleich? Und habe ich noch Dreck? Ja, ich habe noch Dreck. Ich würde gerne den Kies da weg haben. Sieht nicht unbedingt perfekt aus. So, und so. Hier kommen wieder Steine hin. So. Bam, bam, bam. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ja, das wird nicht reichen. Wir brauchen noch fünf Steine. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen hoch und holen uns diese fünf Steine. Denn theoretisch müssten wir noch ein paar übrigens haben. Irgendwie muss ich jetzt hier hoch. das... Alter, wie soll ich hier hochkommen? Ich habe hier wirklich einen kleinen Jump'n'Run mir gebaut. So. Klarscheiben wurden schon ausge... Lol. Das muss ich da noch ändern. Echt, das sieht ja beschadet aus. Jetzt habe ich den hier damals gebaut. Da muss ich das ganz anders bauen. Nämlich, da muss ich das so bauen. So. Dann muss ich das hier... Boah. Ich muss hier hoch. Och, Mann. So. Bam. Hoch. Dann kommt dort noch ein schöner, frischer Stein hin. So. Und so. Kann ich die, den Stein eigentlich da reinhauen? Stichsteine von der Art. Die habe ich hier. Und... Die beiden da. Und dann bauen wir nochmal von der Art. So, hier. Sechs Steine von der Art. Und... Ja. Jetzt ist es gut. Jetzt sieht es gut aus. Und das gleiche könnten wir eigentlich hier schon mal machen. Umbauen nämlich. Bam, 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 bam. Und dann gehen wir einfach mal nochmal raus. Und machen... Dies mit den Steinen da unten an. Fertig. Denn ich glaube, das ist ein größeres Problem, was wir haben. So. Jetzt gleich sieht es besser aus. Jetzt gleich. Oh mein Gott. Das sieht geil aus. Jetzt sieht es cool aus. Komm. Den kriege ich. Und jetzt gehen wir nochmal... Ich habe hier eine Idee. Ich habe hier zu viele Steine. Und anstatt unsere Basis fertig zu bauen, mache ich was ganz witziges. Nämlich... Sag und schreibe... Ähm... Da ist ein Skeleton unten. Da ist ein Skeleton. So. Da muss ich erstmal ein Thumbnail machen. So. Wenn ihr den Beweis habt, dass ich in dieser Folge was... Äh... 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 So. Ein Treffer. Komm mal. Na komm. Zweiter Treffer. Das ist jetzt einfach ganz einfach. So. Und dich kriegen wir auch noch. So. Richtig. Und jetzt könnten wir... Wir haben das nämlich fast auf richtiger Höhe. Oh mein Gott. Jetzt bin ich so aufgeregt. Wir könnten... Wir können jetzt endlich unsere Mauer beenden. Unsere Mauer können wir beenden. Cool. Oder? Geil. Oder? Wir können unsere Mauer beenden. Die gehen nämlich jetzt hier hoch. Bam. Bam. Dam. 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 Na gut. Mauer beenden können wir jetzt glaube ich noch nicht. Aber wenigstens weiterführen. Endlich. Ich glaube so viel Zeit können wir die Mauer weitermachen. Denn wir haben Cleanstone wieder. Wir haben viel Cleanstone. Oh jetzt. Ist auch wieder zur Rente. Ich hätte gedacht ich hätte noch mehr. Aber nein. Wie es aussieht nicht. Man muss die Mauer doch noch ein bisschen warten. Aber sie wächst. Sie wächst. Und sie wird langsam fertig. Also das. Das muss man auch erstmal schaffen. So. Unsere kleine schöne Base. Wo ich das. Womit ich das noch. Lol. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Ähm. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Dann muss ich das glaube ich einfach. Machen. So. So. Jetzt geht's. Brauche ich wieder Cleanstone. So. Cleanstone hier. 13 Cleanstone. 10 Cleanstone. Das kann ich dort reintun. Und dann. Ach man. Lass mich doch mal raus. Das sind ja noch. Reparieren. Und. Jetzt funktioniert's. Cool. Freut mich. Alter. So. Cool. Hat funktioniert. Gibt's. Könnte. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. So. Und theoretisch könnten wir eigentlich jetzt hier auch mal anfangen. Diese kleinen Sachen ja wegzubauen. Denn. Jawohl. Es soll ja überall schöne Materialien hin. Das ist ja. Das ist ja meine Aufgabe. Das ist ja mein Ziel. Deswegen kommt das hier hin. Ich weiß gar nicht warum ich diesen Stein überhaupt hingesetzt habe. Hm. Fragen. Fragen über Fragen. So. 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 Und das kommt alles hier weg. Die Raumeinteilung muss ich sowieso da nochmal überdenken. Wie ich den Raum einteile. Das ist glaube ich nicht so einfach. Einfach. So. So. Schön. Endlich. Endlich Produktivität in diesem Let's Play. Heute muss ich noch ein paar Folgen Nova aufnehmen. Wow. Cool. Hm. Ich bin heute nicht so begeistert aufzunehmen. Denn eigentlich müsste ich was komplett anderes machen. Dazu habe ich erst recht keinen Bock. Aber dann im Hintergrund denken wir dann immer. Ja Max. Sie muss nennen. Dann mach das doch mal. Mach das doch mal. Und dann. Dann hast du einfach keine Lust sowas zu machen. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr da auch das Gefühl. Dieses Gefühl. Der Probleme. So. Drei. So. Wir haben immer wieder ein paar Steine. Ein paar Steine haben wir immer wieder. So. Sind da noch ein paar Steine? Ne. Das ging gerade auf. Cool. Dann kann ich aber. Na gut. Hier kommt sowieso Wolle hin. Hier Wolle. 51 Wolle habe ich noch. Bam 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 bam. So. Cool. Dieser ganze Raum muss ja hier noch gemacht werden. Das kann übrigens auch hier weg. So. Das kann ja alles weg. Das brauchen wir hier nicht. Ähm. Dreck kann auch weg. Brauchen wir auch hier nicht. So. Komm schneller. Bau doch mal das schneller ab, Mann. Wie langsam bist du denn? Glas fehlt uns jetzt wieder. Also Glas brauchen wir unbedingt. Das müsste ich mal in einer der nächsten Episoden mal holen. Oder in Offscreen. Aber ich glaube das mache ich in einer Episode. Minecraft mag ich nicht so direkt was im Offscreen zu machen. So. Wolle kommt einmal hier, 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 hier und hier, hier und hier. Dann können wir hier uns runtergraben. So. Bam und bam bam bam. So. Hier können wir uns nämlich jetzt runtergraben. Das ist ganz gut. Machen wir uns erstmal schnell noch solche kleinen... Ich habe doch hier irgendwo Brot hier. Ich müsste mal hier ausrümpeln echt. Das brauche ich nicht. Das alles brauche ich hier nicht. So. Äh. Ich bin so ein Idiot manchmal. Mann. Warum habe ich die Steine gerade ausgewegt gehabt? Weg mit dem Zeug. Da wird jetzt erstmal alles wieder brennen. Na toll. So. Da kommt die Anzahl rein. Und da kommt die Anzahl rein. Komm. Gib den Stein auch her. Dankeschön. Den Stein gibst du mir. Dann teilen wir mal auf. So. So. Und so. So. Bam. 36 von der Art. Das ist gut. Das ist richtig gut. So. Dann kann das hier alles weg. Dann kommt da so ein schöner... Reihen... Äh. So ein schöner Gang nach unten. In der Art ungefähr so. Hier kann man dann schön rein. Mache ich das jetzt? Hm. Ich könnte hier... Denn hier ist der Eingang. Hier. Und dann geht das... ...nach dort hoch. Ja, dann machen wir das so. Nach dort geht's dann hoch. Und nach hier geht's dann runter. So. So. Ja, so geht's dann runter. Können wir uns hier unten unsere Katakombe endlich mal erfüllen. Den Traum, den wir schon seit Ewigkeiten haben. So. So. Jetzt kommt alles weg. Bam. Kommt da rein. Und erste Spitzhacke wieder kaputt. Nächste Spitzhacke verbrauchen wir auch gleich. So. Geht eigentlich sehr, sehr schnell. Ich bin überrascht. So. Dam, 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 dam. Ich frage mich nur, wie tief wir erstmal hier gehen. Hm. So. Bam. 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 Ich würde sagen, so tief, wie wir erstmal kommen. Und theoretisch könnten wir uns auch eigentlich gleich hochgraben. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, sich gleich mal hochzugraben. Da oben kommt dann irgendwas Wichtiges rein, wie mein Bett zum Beispiel oder so. Mannschaftsquartiere und sowas. So. Bam. 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 Und bam. Dam. Ach, das ist doch spaßig, oder nicht? Ich habe da schon schöne Ideen für Minecraft. Mal, let's play Minecraft. Habe ich da auch schon schöne Ideen. So. Dam, dam, dam. Und dam. Dam. Dam, dam, und dam. Hier auch noch das alles weghauen. Braucht sowieso keiner. So. Schön. Können wir hier weiterbauen. So. 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 Langsam nimmt das Ding Gestalt an, also. Hm, hm. Überraschend, überraschend, überraschend. Gut. So, und das hier noch so ein... Klotzen nach oben bauen. Erstmal alles mit Fackeln ausleuchten. Und jetzt hier sich auch hochgraben. Schön. Schön, 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 schön. So. Da oben kommt schon Erde zum Vorschein. Können wir oben so eine Satellitenschüssel aufbauen. Funk und sowas. Hm. So. So, und so. Satellitenschüssel und Funk und sowas können wir da oben schön unterbringen. Denn, wie gesagt, auch die modernsten Raumstationen brauchen Satellitenschüssel, um Funk zu übertragen und zu empfangen. Das ist klar. Und da oben hat es sogar geschneit. Also gehen wir in Schneegebiete. Das ist auch was Witziges. So. 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 Schön, dass wir mal da hochgehen. Also langsam, langsam nimmt das schon alles vor, Mann. Das ist das Gute. So. Ich hoffe noch, die Treppen reichen. Das wäre ungünstig, wenn die Treppen mitten im Dings aufhören würden. Das ist natürlich ein Mist, was ich hier gerade gemacht habe. Das her. Ich glaube, die reichen nicht. Ne, ich brauche nochmal neue. Aber das ist ja auch nicht das Problem. Wir haben ja genügend Materialien hier. So. Und dann gehen wir nochmal runter. Holen unsere Items. Also, weit hoch gehen wir schon gerade. So. 26 von der Art. 26 von der Art. So. Da kommt mal 32 von der Art. 32 von der Art. Dam. Und dam. So. 64 von der Art. Das ist schon mal ganz gut. So. 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 Ein Stack müsste von den Steinen reichen erst mal. So. Dann gehen wir jetzt wieder hoch. Hoch hinaus. Das wird eine Mühe, das alles mit Wolle auszukleiden. Ich bin ja leider nicht im Creative, wo ich das alles mit Wolle bauen kann. Aber. Ja. Wir haben uns die Aufgabe gesetzt. Und die Aufgabe müssen wir auch erfüllen. So. Wir sind draußen. Schön. Dann kommt da einer hin. Oben auf dem Hügel sind wir sogar. So. Jetzt haben wir eine schöne Aussicht. Ich hoffe nur. Ich müsste es vielleicht erstmal ein bisschen absichern hier oben. Denn. Wenn es Nacht ist. Sollen ja keine Monster irgendwie in meine Hütte reinkommen. So. Bam, bam. Perfekt. Cool. Guck mal, wie hoch wir sind. Das ist doch nice. Nice. Nicer geht es nicht. So. Das kommt ja erstmal alles weg. Ähm. Ich habe nie die nämlich. Wir machen das so. Ab einer bestimmten Höhe wird dann nur noch mit Stein gebaut. Das sieht man dann auch in der Architektur. Ab einer bestimmten Höhe nehme ich ab. Der Höhe hier. Äh. Oder ein bisschen weiter unten. Hier. Wird dann nämlich nur noch. So eine Abschlusssache hier sein. Und dann wird dann nur mit Stein gearbeitet. Dass man das sieht. Dass es in Richtung Ausgang geht. So. So. Und so. So, so, so. So. Und so. So. Und das nächste ist hier. Bam, 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 bam. So. So. Oder wir machen das nicht nur mit Stein, sondern auch mit Wolle eben. Aber. Ich glaube wir machen es mit Wolle. Aber das. Müssten wir dann ein bisschen anders machen. Nämlich die Wolle geht dann theoretisch. Also bis hier können wir das machen. So. Das machen wir richtig, richtig schön. Nämlich. So. Von außen dann eben wie gehabt, wie gegeben. So und so. So. Und dann hier ist Außenwand. Und dann können wir hier weiter bauen mit Stein. Hier auch weiter bauen mit Stein. So. So. Das machen wir nochmal kurz weg. Ich habe noch eine geile Idee. Nämlich hier. So. Dann hier gehen wir erst raus. Richtig raus. Hm. Dann muss ich aber nochmal nach unten nämlich ein paar Steine holen. Denn an Steinen fehlt es und am meisten. So. Kommen wir mal runter. Gut. Wir sind unten. Gehen nochmal hoch dann gleich. So. Bam. Kommt da rein. Und bam. Kommt da rein. So. Gib das her. Und gib das her. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz hoch. Bevor die Folge zu Ende ist. Und bauen da noch ein bisschen was hin. Schön. Wird eine richtig schwindelig. So. So. Wow. Oh. Alter. Habt ihr auch gerade so ein Herzinfarkt gek... Oh. Ich hab den Creeper dort oben nie gesehen. Oh. Ich hab jetzt einen richtigen Herzinfarkt. Oh. Halben Herzinfarkt bekommen. Halben Herzinfarkt. Oh. Oh. Alter. Oh. Oh. Alter. Ich weiß gerade nicht wie... Oh. Alter. Mein Herz ist mir gerade in die Hose gerutscht. Echt. Alter. Ui. Das war jetzt... Nicht notwendig. Alter. Soll ich gerade so alter, alter, alter sage? Das ist jetzt... Ui. Das war jetzt wirklich... Besser als jedes Horrorgame, alter. Puh. Das war jetzt gerade wirklich... Boom, alter. Ich sag schon wie gerade so oft alter. Es tut mir leid, aber... Das hat mich gerade wirklich so gerade geschockt leicht. Oh. Mann. Die Haare stehen mir jetzt immer noch zu Berge. Das letzte Mal, als ich mich so gerutscht habe... Keine Ahnung. War ich nicht... Da war ich schon längst viel älter. Ui. Okay, Creeper. GG. Das kann... Das kannst du... Das kannst du... Kann man nur GG nennen, echt. Boah. Das war jetzt gerade wirklich richtig erschreckend. Ui. So. Beruhig. Beruhig dich, Maximus. So. Dann... Dann bleib... Ui. Ich habe wieder keine Steine dieser Art. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber können wir dafür das machen? Hier, das hier kommt ja nichts hin. Aber... So. Hier, das... Das kommt auch... Muss auch weg hier. So. Da kommt die... Ich wolle dann mal hin. Und das kommt hier lang. So in der Art. Alter, das war jetzt wirklich... Holle die Waldfee. So. So ein Drausgucken kann man hier was haben. Hat man hier was? Kleines. Dann muss ich das hier alles weg machen. So. So. Und so. So und so. So, so, so. Das kann ich eigentlich mit dem Stein zumachen. Das braucht niemand. So und hier kommt auch wieder was Kleines zum Rausgucken. Aua. Boah. Das war jetzt wirklich... Richtig erschreckend. So. So. Das kommt da hin. Kann das eigentlich auch so groß werden? Ne, das passt da nicht hin. Leider, leider, leider passt das dort nicht hin. So. Das kommt erstmal hier alles weg. Stürt ein bisschen. Dass man ein bisschen rausgucken kann. So ein Dart. So. Ja. Damit wären wir mit unserer Folge schon längst durch. Also ich hoffe euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Tschüss.